Nein, 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 oh fuck, Team, 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 Team Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, was sag ich, was sag ich, was sag ich Alter, was hab ich grad eben gesagt? Was hab ich gesagt? Dass hier Teams sind, Alter Was hab ich euch gesagt, Leute? Was hab ich grad eben gesagt? Jo, mein ihr verrückten Willkommen hier zu einem neuen Video von mir Und heute gibt's mal wieder eine Runde Survival Games Welche Map wir spielen und so, seht ihr gleich, wenn wir In-Game sind Nach einem kurzen Cut, bis gleich So, da sind wir jetzt auch schon wieder hier zurück in der Runde Wir spielen jetzt die Survival Games Map 7 Und mal gucken, was wir heute reißen Ich geh jetzt hier einfach direkt da rüber Und hol uns direkt ein bisschen Stuff Okay, wir haben direkt ein Schwert Sehr, sehr geile Sache Und eine Eisenhose, meine Güte Direkt wieder Sprachfeder zu Anfang Also ich hab irgendwie heute wieder meinen Sprachfehleranfall Ich weiß nicht, das hab ich einfach manchmal irgendwann Okay, da oben läuft gerade direkt jemand Wir probieren hier jetzt einfach mal was Ob wir die hier direkt killen können Weil die Dings haben uns das jetzt ja schon direkt vorbei Dann killen wir hier direkt den Ersten Und den Zweiten direkt danach Alter Vater Ja, der schießt uns jetzt grad ab Sehr, sehr geile Sache Finde ich auf jeden Fall gut, dass der grad alle seine Pfeile verschossen hat Wahrscheinlich Okay, komm, 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 ganz schnell hinterher Komm, komm, komm Ah, fuck Ich bagge Wow, okay Das war wegen der Sprint-Taste, die ich ja immer benutze Ähm Ah, weil ich sonst nicht richtig laufen kann So Okay, sehr, sehr geile Sache Haben wir schon zwei Leute gekillt schon wieder hier Okay, da hinten ist er wieder Ja, 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 ja Der rennt hier wieder hoch Das glaubt er ja wohl selber nicht So, okay, wo Ah, scheiße Wie ist der denn da reingekommen? War das schon richtig, was ich grad gemacht hab? Ich glaube, ja Aber der hatte ja eh keinen guten Staff Ich will den Trotzdem Ah, meine Fresse Ey, Jumpin' One skills over 9000, Alter Okay, komm Hä, kommt man Hä, wie kommt man denn hier Ah, hier kommt man rein Okay, sehr geil Okay, da oben ist er auf jeden Fall Denke ich mal Und killt er grad irgendwen So, der hat auf jeden Fall auch schon mal gar nichts Sehr, sehr geile Sache Okay, den haben wir schon mal Und der, der müsste auch langsam tot sein Scheiße Ah, fuck Ich will deine Rüstung haben Komm, gib mir sie Ja, geil So, tot, Alter Ha So, ey Wir sind heute richtig wieder am Abskillen Würde ich sagen Dann nehmen wir uns das mal So Okay Alter, wir haben schon ein Dia Da müssen wir auf jeden Fall noch einen zweiten finden Und dann läuft es richtig bei uns Ey, es läuft jetzt Eh, eh schon Eh schon richtig krass mal wieder So Und dann direkt hier hinlaufen Und, ähm, ja Heute bin ich ein wenig wieder unter Zeitdruck Deswegen kommt dieses Video auch erst Jetzt Ich weiß noch gar nicht, wann das kommt heute Also es kommt auf jeden Fall ein bisschen später Wir haben jetzt schon so irgendwie 18 Uhr durch Und, ähm Ja, deswegen heute mal wieder ein wenig Zeitdruck Ähm Seht mir das bitte nach Dass die Videos immer etwas später kommen Und manchmal halt auch gar nicht Ähm Im Moment, ja Bin ich etwas stärker in die Schule eingebunden Und, äh Ja, hab irgendwie so viel zu tun Keine Ahnung warum Und, ähm, ja Keine Ahnung Und deswegen In den Ferien gibt es auf jeden Fall Richtig viele Videos Mal wieder so wie immer Eigentlich in den Ferien bei mir Ähm In den Ferien wird bei mir immer ausgerastet Das, äh Sollten die alten Zuschauer Die da, äh Jetzt schon hier sind Äh, schon länger hier sind Wollte ich sagen Ähm Auch wissen Ich glaube ich hab auch mal Eine Zeit lang in den Ferien einfach irgendwie Zwei bis drei Videos am Tag gebracht Und dann auch noch Livestreams und, ähm Sowas ja Da gibt es auch Auf jeden Fall mal Livestreams wieder Denke ich mal Also, ähm Gab es das ja auch schon wieder Gestern Also am Sonntag Morgen habe ich ja gestreamt Und am Freitagabend Und, ähm Deswegen, ja Livestreams machen mir eigentlich Im, ähm Großen und Ganzen Ziemlich viel Spaß Deswegen gibt es da auch immer So viele von Also, so viele Wie ich halt Zeit finde Und, ähm Ja, da möchte ich auf jeden Fall In den Ferien auch wieder Ein bisschen mehr streamen So, jetzt müssen wir aber Hier erstmal wieder Da ist doch hier direkt Der Erste hier Der, der wieder in unsere Klauen rein möchte Hier, der liebe Mensch Da So, der kriegt hier direkt Aufs Maul Würde ich mal sagen So, direkt Instant aufs Maul So, und Tod So, noch einmal Und zack Tschüss So, ähm Okay, macht genau gleich Viel Attack Damage Ich brauche jetzt eigentlich Nur noch eine Eisen Äh, Eisenschuhe Und dann habe ich schon Eine Full Iron Rüstung, Alter Wie das bei mir abgeht Schon wieder Sehr, sehr geile Sache Sehr, sehr geile Sache Irgendwie finde ich dieses Finde ich diese Edeka-Version Davon richtig witzig Einfach nur Sehr, sehr geile Sache Hm Keine Ahnung Ich finde sowas ist eigentlich Richtig geil Also, eine richtig geile Werbeaktion Muss man sagen Also, ich meine Das lief auch schon Im Fernsehen Als Werbung Ähm Glaube ich Aber es ist Ich finde es einfach Richtig cool Wenn so Firmen sowas machen Weil, keine Ahnung Ich finde es einfach Eigentlich recht geil Und recht gut gemacht Und auch eigentlich Recht gelungen Okay, wir haben jetzt Zwei Eisenbarren Da müssen wir jetzt Gleich erstmal gucken Ähm Wie wir da jetzt Am besten vorgehen Ich gucke jetzt Auf jeden Fall Hier nochmal Okay, da haben wir Schon direkt unsere Eisenboots So, Full Iron FTV Ah, da ist gerade Meine Zimmertür zugegangen Ich weiß gar nicht Wie ihr das jetzt gehört habt Egal YOLO So Zack Okay, hier haben wir noch Eine Kiste Okay, nicht Nicht, äh Gut Nicht so viel guter Stuff drin Wollte ich sagen Meine Güte Heute wieder mal Sprachfedertag Hab ich ja vorhin Schon mal angemerkt Ach, warte mal Ich hab gar nicht geguckt Ob die Kiste Hier schon gelootet ist Nicht, aber Da ist auch Nichts Gutes drin So, ich hoffe Hier ist jetzt Irgendwo eine Crafting Table Sonst muss ich Vielleicht echt An den Spawn laufen Und mal nach An der Crafting Table Gucken Aber ich trau mich Eigentlich Also ich bin immer So ein Mensch Ich trau mich Hier in SG Irgendwie nicht An den Spawn Weil Weiß ich nicht In SG ist das So schlimm Wenn man so An den Spawn Jockelt Und da campen Meistens auch immer Die Teams rum Und da hab ich Eigentlich keinen Bock Jetzt zu sterben Irgendwie Keine Ahnung Das ist Finde ich jetzt Nicht so geil Da stehe ich jetzt Gerade nicht so Doll drauf Der jetzt mich Eben killen zu lassen Das wäre nicht so nice Okay Hier haben wir Noch eine Kiste Aber da war nichts drin Ja pass auf Wir gehen Wir gehen jetzt einfach Wo sind hier Die Richtung Spawn Wie viele Leute leben Denn noch sieben Stück Okay Sieben Leute leben Noch Da müssen wir jetzt Mal eben kurz gucken Wir gehen jetzt Einfach mal in den Spawn Oder ist hier eine Crafting Bench Hier sieht es auch so aus Irgendwie jetzt würde Hier eine Crafting Bench Rumstehen Aber es tut hier Keiner rumstehen Deswegen Gehen wir jetzt doch Lieber zum Spawn Ich habe zur Not Habe ich Heiltränke Und Feuerzeug Das Feuerzeug Guck ich auch mal näher Hier an mich ran Ich kenn mich ja So Und dann gucken wir Jetzt erstmal Ein wenig Okay Da ist jetzt Der Spawn Oder Ja genau Hier muss sie lang laufen Und dann komme ich da Gleich wieder auf die Spawn Insel Hoffentlich Wenn ich mich nicht irre Da ist glaube ich Die Spawn Insel Okay es leben noch Sechs Leute Okay Ich hoffe die Leute hier sind Echt nicht so gut Ausgerüstet Ich habe da gerade Richtig Schiss An den Spawn zu gehen Weil ich Möchte echt gern Hier mein Eisenschwert Jetzt craften Weil dann ist einfach Die übelste Babbo Runde Aber Ich traue mich eigentlich Ohne Dingster Booms Da hier gerade mal Eben nicht An den Spawn Egal Wir machen das so Ganz schnell rein hier Quaften So 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 Okay ganz schnell Okay und dann Ganz schnell wieder raus Da hinten ist nämlich Gerade jemand lang gelatscht Und den killen wir jetzt einfach So Okay 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 Nein 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 Oh fuck Team 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 Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck was sag ich Was sag ich Was sag ich Alter was habe ich gerade eben gesagt Was habe ich gesagt Dass hier teams sind alter Was habe ich euch gesagt Leute Was habe ich gerade eben gesagt Scheiße Okay Wir müssen irgendwie das jetzt Mal hinkriegen Entweder die kommen jetzt hier her Oder Weiß ich nicht Okay ich laufe auf jeden Fall Erst mal weg Und wir lassen uns auf jeden Fall Noch nicht abschießen Wir nehmen uns einfach Die Pfeile von denen Und schießen Schießen die einfach ab hier Komm 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 Okay scheiße 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 Der eine schießt mich ab Und der andere eben nicht Nein 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 Oh fuck Oh fuck Oh fuck oh fuck Oh fuck Spannend Spannend Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Gerade schön am verrecken Hier meine Freunde Ach du kacke Okay Komm 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 Lauf durch Lauf durch Lauf durch Bitte 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 Lauf durch Okay das war richtig dämlich Was ich hier gerade gemacht hab Alter Ging so ein Team hab ich einfach gar keine Chance Null. Na dann, Jente, Alter. Ja, scheiße. Nein. 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 Och, fuck. Och, Mann. Oh. Och, verdammt. Oh, schade. Schade, schade, schade. Aber gegen das Team hatte ich einfach echt keine Chance. Och, Mann. Och, das ist doch jetzt doof. Naja, gut. Und, ähm, da ich jetzt echt keine Zeit mehr habe, ähm, ja, hoffe ich, euch hat diese Runde trotzdem gefallen. Ähm, wenn sie euch gefallen hat, gerne den Like-Button penetrieren. Und, ähm, ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, äh, was ihr so in nächster Zeit wieder für, ähm, Videos auf meinem Kanal seht, äh, sehen wollt. Irgendwie, was für Spielmodus ihr sehen wollt. Das, ähm, interessiert mich ja immer wieder. Ähm, weil ich natürlich auch gerne was hochladen möchte, was euch auch interessiert. Und, ähm, dann würde ich sagen, haut rein und, ähm, oder, oder warte mal, ich guck jetzt, komm, wir gucken uns jetzt nochmal einmal zusammen das Deathmatch an. Ähm, mich interessiert jetzt, weil es sind ja nur noch vier Leute, ähm, wer jetzt wohl gewinnt, ja? Weil, ich glaub, die sind alle nicht so pro ausgerüstet. Und ich wette die hier Team immer noch. Ja, war mir klar. Okay, siehst du hier, die werden jetzt, okay, die werden beide gewinnen, wette ich mit euch. Oder, ja, das ist, ja, gut, okay. Die werden beide gewinnen. Warte mal, gucken wir nochmal einmal kurz. Ja. Ich wette es mit euch. Okay, da, zack. Und, ja, da sind sie jetzt beide. GG. Und jetzt killen sie sich. Ja, gut, okay. Ja, da wissen wir jetzt ja Bescheid. Wer gewonnen hat, natürlich das Team am Ende. Äh, am Ende hätte ich sie eh nicht mehr fertig machen können. Aber, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss.